Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zur letzten Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns freien Wählern hier im Maximilianeum. Letzte Folge vor der parlamentarischen Sommerpause, letzte Folge vor den Landtagswahlen, während drüben im Plenarsaal gerade noch zum allerletzten Mal im Endspurt des Dreitagesplenums die Vollversammlung des Landtagstags melden wir uns von den wunderschönen Arkaden des Maximilianeum hoch über München, um die Frage von der Annette aus Freyung zu beantworten. Die Annette hat mir geschrieben, weil sie mitbekommen hat, dass es nochmal ordentlich gestaubt hat in diesem Dreierplenum, noch eine letzte große Debatte gegeben hat mit zwei starken Fronten. unserer Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU auf der einen Seite und den Ampel-Fraktion in der bayerischen Mini-Ampel auf der anderen Seite. Es ging um die Finanzierung eines Herzensthemas von uns freien Wählern, um den ländlichen Raum im Freistaat und der ganzen Bundesrepublik. Und da bittet mich jetzt eben die Annette nochmal klarzulegen, was uns da so aufgeregt hat. Und dann stellt sie, zweistufige Frage Annette, ein bisschen provokativ und augenzwinkernd die Frage, was tut ihr denn jetzt eigentlich, wenn der Landtag nicht mehr tagt? Die Wahlen sind doch erst im Oktober. Ja Annette, ich sage gern zu beiden Fragen kurz ein paar Takte. Zum einen, was war nochmal diese große Schlussdebatte im Bayerischen Landtag? Da ging es um einen Gesetzesvorschlag der Ampel-Bundesregierung, der uns wirklich ärgert. Das hat uns als Bayern-Koalition und ganz besonders unsere Freie Wähler-Regierungsfraktion, die wir uns ja immer unserer DNA nach auch als politischer Anwalt des ländlichen Raums der bayerischen Regionen verstehen. Was ist vorgeschlagen worden? Interessanterweise von denen, die gerade in Bayern auch Wahlkampf machen. Christian Lindner beispielsweise war gestern in München gewesen, anlässlich der Landtagswahlen. Die schlagen vor, das Budget für die Finanzierung des ländlichen Raums, beispielsweise den Sonderrahmenplan für den ländlichen Raum, einfach ersatzlos zu streichen. Was bedeuten würde, dass die ganzen Mittel, mit denen wir den Verfassungsgrundsatz der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Bayern erfüllen, die dazu vom Bund kommen, in Zukunft nicht mehr da wären, dass also beispielsweise unseren Ämtern verländliche Entwicklung ein Drittel des Geldes fehlen würde und dass diese Bund-Länder-Finanzierung am Ende wäre, wir nur noch mit bayerischen Mitteln auch auf den ländlichen Raum setzen würden, während Berlin regelrecht die Axt an den Regionen anlegt, nur noch, wie es auch bei der Krankenhausreform schon einmal erlebt haben, setzt auf die Metropolien, auf das urbane Klientel, das offensichtlich als Klientel der Grünen in der Roten verstanden wird. Ländlicher Raum soll keine Rolle mehr spielen, soll keinen Euro mehr kriegen, soll nicht mehr finanziert werden aus Sicht des Bundes, aus Sicht der Ampel-Bundesregierung. Und das geht aus Sicht unserer Bayern-Koalition natürlich überhaupt gar nicht. Wir sind nicht nur Anwalt des ländlichen Raums, wir haben vor allen Dingen in der Bayerischen Verfassung verankert, dass wir die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im gesamten Freistaat zum Staatsziel erheben. Und dazu gehört es dann natürlich auch, dass wir nicht nur München und den Speckgürtel, nicht nur die großen Metropolregionen vernünftig und auskömmlich finanzieren, sondern insbesondere den ländlichen Raum. Und da sind dann schon auch die Kolleginnen und Kollegen aus der Bundespolitik in der Pflicht, mindestens dann, wenn man die Roten, wenn man die Grünen und wenn man besonders die FDP, die das ja immer erzählt, in Bayern noch irgendwie ernst nehmen soll. Also da derart die Axt anzusetzen und dann in Bayern wieder um Stimmen zu werben, das ist nach gerade ein Treppenwitz. Und genau deshalb hat es uns auch so geärgert in der Plenarsitzung. Da kommt eine nette Gäste in der Christian Lindner nach München und erzählt, man müsse in Bayern die FDP wählen. Und am nächsten Tag heißt es im Plenum, Geld für Bayern, Geld für den ländlichen Raum gibt es aber nicht mehr. Die machen in Berlin Anti-Bayern-Politik. Denen fehlt in Berlin das Bayern-Gen. Und dann brauchen sie ehrlicherweise, und deshalb haben wir das so deutlich gesagt im Parlament, auch nicht in München Wahlkampf machen. Dann braucht die keiner wählen, wenn die Politik gegen Bayern machen. Und das ist das, was uns so geärgert hat, weshalb diese Debatte auch so emotional war. Man kann nicht nur in den wenigen Minuten Teil der Ampel sein, wo die Ampel aus Sicht der Mini-Ampel in Bayern in Berlin mal was Gutes macht, sondern man muss schon auch klar sagen, wo man steht bei all dem Chaos, das auf der Berliner Ebene gestiftet wird und die ländliche Raumfinanzierung zu streichen. Das ist Chaos, das wir in Bayern so nicht mit uns machen lassen. Ein Staat, in dem die fleißigen Menschen in Bayern das Geld verdienen, das dann über den Länderfinanzausgleich wie letzte Woche nach Berlin überwiesen wird, um von der Ampel umverteilt zu werden auf den Rest Deutschlands. Das haben wir noch mal deutlich gesagt zum Ende dieser Legislatur. Ein solcher Staat, der ist mit Freien Wählern und CSU in der Verantwortung für die Menschen in unserer Heimat nicht zu machen. Ja, Nette, und dann noch zum zweiten Teil einer Frage. Was tut ihr jetzt einerseits und was bedeutet das jetzt für den Landtag, dass wir jetzt erstmal ja eigentlich in die übliche parlamentarische Sommerpause gehen, aber dann, wie es richtig von dir analysiert wurde, ja Nette, auch nicht mehr tagend, also nicht mehr in Vollsitzung, nicht mehr in den Ausschüssen tagen bis zur Landtagswahl. Zunächst einmal glaube ich, den Abgeordneten wird es ganz sicher nicht langweilig, weil jetzt geht es ja so richtig in den Endspurt des Wahlkampfes und darum, auch das gehört zur Politik, den Menschen im Ringen, um die besten Argumente nochmal klarzumachen, welche Gruppierung in Bayern wofür steht, so dass dann jeder, jede das richtige Kreuzchen aus der jeweiligen individuellen Sicht setzen kann bei den Wahlen im Oktober. Also für uns jetzt wirklich keine Sommerurlaubszeit dieses Jahr, sondern eher eine anstrengende Zeit. Ich werde es zum Beispiel so machen und ich glaube, da geht es vielen Kollegen gleich, dass ich jetzt unmittelbar nach zwei, drei Tagen im Stimmkreis noch mal ein paar Tage im Urlaub bin und dann geht es so richtig in den Wahlkampfendspurt. Der richtige Sommerurlaub, der fällt leider eher aus in diesem Jahr. Wie geht es mit dem Landtag weiter? Der jetzt erst normale Sommerpause, so wie das immer der Fall wäre, über den August. Normal wird es dann im September ja wieder losgehen. Dafür setzen wir heute noch, bevor wir dann nach Hause in die Region in Bayern fahren, als Abgeordnete den sogenannten Zwischenausschuss ein. Der Zwischenausschuss ist sozusagen eine kleinere Abbildung des Parlamentes, der sicherstellt, dass dieses Parlament jederzeit beschlussfähig wäre, jederzeit handlungsfähig wäre, wenn jetzt was Wichtiges passieren würde. Wir haben das während Corona ja häufiger so erlebt, dass wir dann in kleiner Besetzung zurückgeholt wurden, auch aus den Urlauben beispielsweise oder aus einer Zeit, in der eigentlich keine Sitzungen gewesen wären. Also das ist sichergestellt, wenn das jetzt wieder der Fall sein sollte, dann gibt es diesen Zwischenausschuss, der heute als verkleinerte Form des Parlaments eingesetzt wird. Wir hoffen natürlich, dass wir den in normalen Zeiten ohne größere Katastrophen nicht brauchen werden. Dann ist die, in Anführungszeichen, normale Sommerpause bis Mitte September. Ja und dann sind es ja eigentlich nur noch vier Wochen bis zur Wahl. In diesen vier Wochen wird der Landtag nicht tagen. Dann wird es aber, auch das ist ein bayerisches Spezifikum, sehr schnell weitergehen, weil die bayerische Verfassung uns nämlich anders als im Bund sehr enge Fristen vorgibt für die Konstituierung des Landtags, für die Bildung einer neuen Staatsregierung. Muss also niemand Sorge haben, diese elendslangen Verhandlungen wie in Berlin mit den Balkonbildern irgendwelcher Zigarillorauchen-Politiker, die gibt es in Bayern nicht. Wenn die Menschen in Bayern gesprochen haben, wenn die Wählerinnen und Wähler gewählt haben, dann gibt es in wenigen Wochen auch einen neuen Landtag, eine neue Staatsregierung und dann werden die einmal wieder hochgekrempelt und weitergearbeitet. Heißt also, Anette, jetzt vier Wochen normale Sommerpause, danach vier Wochen sozusagen außer der Reihe, mal keinen Landtagsbetrieb, solange wir den Zwischenausschuss nicht brauchen, der uns da absichert bis zu den Landtagswahlen und dann dauert es vielleicht nochmal drei, vier Wochen, bis es dann wieder weitergeht. Heißt also, alle fünf Jahre, eineinhalb, zwei Monate, in denen nicht klassisch gearbeitet wird, das ist in Bayern, glaube ich, vertretbar. Woanders ärgert mich das auch immer, Anette, gerade als Politikwissenschaftler, wenn die Amtszeit im Bund zum Beispiel vier Jahre dauert und dann ein Jahr zuvor und ein Jahr danach quasi nichts mehr geht, weil zunächst Wahlkampf ist und dann konstituiert wird. Das ist in Bayern nicht so. Wir gehen jetzt in die Sommerpause, dann vier, fünf Wochen wirklich Endspurt des Wahlkampfes, vier, fünf Wochen Neukonstituierung und dann geht es weiter mit intensiver Arbeit für unser Land und seine Menschen und auch das, glaube ich, ist ein Erfolgsrezept von Bayern, ein bisschen weniger Polit-Show und ein bisschen mehr Arbeiten für die Menschen im Land. So handhabt es unsere Bayern-Koalition und so soll das auch in Zukunft bleiben. Soviel Anette zu deinen Fragen und normalerweise würde ich jetzt um die Fragen für die nächste Woche bitten, sagen, man kann die unten posten, in den Kommentaren oder uns eine E-Mail schreiben. Das fällt jetzt natürlich erstmal flach. Deshalb bedanke ich mich dafür, dass es so wirklich überwältigend viel Interesse gab. An diesem Social-Media-Format, ich glaube, das ist auch ein Auftrag an Politik in der Demokratie, so meine feste Überzeugung, dass wir Politik halt nicht einfach nur machen, sondern, dass wir Politik so gut wie irgend möglich den Menschen erklären und auch nicht müde werden zu versuchen, die Menschen für Politik zu begeistern. Ich meine, es ist uns auf den sozialen Medien mit einem etwas sehr besonderen, frischen, schnellen Format mit diesem Frag Fabian ganz gut gelungen. Mich freut es, dass es so viel Interesse daran gab und ich sage schon mal zu, in welcher Konstellation auch immer wird es ein solches Format ganz sicher auch in der Zukunft geben. Also bleibt unseren Kanälen treu, bleibt up-to-date über die Arbeit der Freien Wähler im Bayerischen Landtag. Während dieser kurzen See des Vakanz bis zu den Wahlen und danach und insbesondere dann, wenn es wieder weitergeht und wieder heißt Anpacken für unsere Menschen, für unsere Heimat, für den Freistaat Bayern.